ehrlich gesagt, dass ich erstmal so den Urlaub genutzt habe und ich hab hier da genau, heute ist noch eins rausgekommen und ich hab noch drei weitere Videos für die so die komplette nächste Woche noch eingestellt. So Content, so ich, es wird glaube ich sehr lustig sein, dass ich dann extra hier gesagt habe, yo Leute, ich geh jetzt in Pause und direkt der Tag danach und der Tag danach und dann also vier Tage in Folge kommen dann so, hey Leute, das ist Pause und dann die drei aufeinanderfolgenden Tage kommen Videos. Das ist auch, das ist auch nur, nur ich mach so Pause. Kein anderer macht irgendwie Urlaub, aber es ist halt anders, weil ich bin wirklich die ganze letzte Woche zeitig ins Bett gegangen, ich hab nie irgendwie überzogen, ich hab nichts irgendwie bis in die Nacht an Dingen gearbeitet oder mich irgendwie gestresst. Alleine schon, dass ich hier die ersten fünf Tage nichts veröffentlicht habe oder beziehungsweise vom ersten bis zum vierten, dass ich da nichts veröffentlicht habe. Alleine das war schon so ein Ding, was ich normalerweise nicht gemacht hätte. Dass ich mir einfach wirklich mit ein paar Sachen auch sowas Zeit gelassen habe und hab andere Dinge gemacht an dem Tag, hab auch nicht irgendwie mich zu irgendwelchen Streams persönlich überredet Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben sieben Tage in Folge eine vernünftige Schlafzeit hatte. Also nicht die Zeit an sich, die ich schlafe, sondern dass es halt regelmäßig war. Dass ich wirklich so unter der Woche mit Janneke den Schlafrhythmus hatte und dann, keine Ahnung, gegen so zehn oder elf spätestens am Pennen war und dann morgens um sechs raus und auch problemlos gut rausgekommen bin und selbst jetzt am Wochenende es auch nicht übertrieben habe. Also ich bin dann tatsächlich nicht irgendwie wieder bis drei, vier, fünf oder so wach geblieben, um irgendwelche Dinge zu tätigen. Das ist ganz gut. Das muss ich sagen, dass Urlaub, Urlaub für mich ist scheinbar einfach nur Normalleben, nicht überarbeiten. Das ist für mich irgendwie Urlaub. Danke für die neue Anpassung von den Commissions übrigens, Krepper. Und vielen Dank auch noch an die Abos, die reingekommen sind. Fallyboy, vielen Dank. Lala Lalal Ex La Lalal Ex Ex Die La I'm sorry, I'm sorry. Vielen Dank auf jeden Fall für das Prime, aber guten Abend übrigens. Und Green Robin auch vielen Dank für das für das Abo. Bald gibt's Pause von der Pause, ja. Ja, Workahol, das ist es, das ist es. Ich kann, glaube ich, nicht Cold Turkey gehen. Aber mir macht's ja, mir macht's ja Spaß. Also das ist ja, ich mach einfach das momentan jeden Tag, worauf ich Bock habe. Und manchmal hab ich dann einfach, einfach Lust. Vor allem, ich möchte halt immer noch auf, äh, aufs Laufband und so hier gehen. Und mir da auch so einen gewissen Rhythmus irgendwie, äh, antrainieren. Und dann bin ich halt teilweise so, was mach ich denn jetzt auf dem Laufband? Ach, ich hab jetzt die ganzen Audios aufgenommen. Dann kann ich doch jetzt einfach mal den Tag beginnen und auf dem Laufband gehen und dabei irgendwie schlechten Film gucken. Und, äh, Alter, ich hab die letzten, ich hab die letzten Tage einfach nebenbei, auf dem Laufband oder so beim Arbeiten. So mein Anfang. Ich hab teilweise, ich hab teilweise in einem, in einem Monat gar keinen. Man sieht, du kannst wirklich an meinem, an meinem Letterboxd kann man sehen, wie effektiv ich in dem Monat es geschafft habe, auf dem Laufband zu arbeiten. So Mai war halt wirklich absurd. Ich mein, was ich hier nicht drin habe, sind auch irgendwie Serien. Ich hab noch die kompletten, äh, die komplette Chucky-Serie durchgesehen, auch noch hier. Hab so meine komplette Retrospektive gemacht. So August auch, sehr erfolgreich gewesen. Auf jeden Fall. Hab nochmal einen kompletten Mission Impossible-Rewatch gemacht. Ähm. Und jetzt im Januar geht's, geht's ehrlich gesagt auch gut los. Ich muss halt nur mal, ich muss halt nur mal, weil die Sache ist, dass, dass wenn ich dann am Arbeiten bin, dann gucke ich halt weniger die Sachen, wo ich halt so, oh, da muss ich jetzt dabei bleiben. Weißt du, ich werd jetzt irgendwie nicht beim, auf dem Laufband, äh, sein und den neuen Scorsese oder so gucken. So, den, den würde ich dann gerne, ich mein, der geht zwar drei Stunden oder so, den möchte ich dann gerne so genießen und schauen. Das heißt, meistens guck ich halt auch einfach irgendwelchen Quatsch nebenbei und dann kommt's halt irgendwie dabei zustande, dass, dass man nicht so gut ist, oder beziehungsweise, dass, dass ich die Sachen auch vielleicht nicht so gut bewerte. Ich weiß gar nicht, was, ich muss mal, ich muss mal mehr in Backlogged eintragen. Aber ich hab das, ich hab das Gefühl, meine, meine allgemeine Bewertung bei Filmen ist auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen niedriger. Warte mal, wo kann man das nochmal, ist das auf dem normalen Profil drauf? Wo die, obwohl, nee, das meiste ist eigentlich, aber das sind, das sind halt auch wirklich so alle Dinger, die ich eingeht. Aber ich hab auch nicht alle bewertet, die ich gesehen habe. Also, ich hab 1032 Filme gesehen und 646 davon auch tatsächlich bewertet. Weil viele Sachen weiß ich so, ich hab keine Ahnung, äh, keine Ahnung, was ich, äh, wie zu ich da dann auch irgendwie stehe. Dann möchte ich auch keine Bewertung abgeben oder so. Hättest du nichts über den Urlaub gesagt, hätte auch niemand was gemerkt. Das kann, das kann ganz gut sein, ja. Äh, 70 Stunden Woche bei, na, das ist eher, obwohl, warte, so von 6 Uhr und dann geh ich um 7 hier hoch und dann, die meisten Tage hab ich dann trotzdem bis 8, 9, ja, Ja, man kann's, man kann's glaube ich so sehen, 70 Stunden Woche. Jo, Knirbel, was geht? Vielen Dank für das Prime-Abo. Ja, ja, ich bin, ich bin eh nicht so der Typ, der irgendwie, auch wenn ich, auch wenn ich, äh, einen Urlaub mache und verreise, ich kann das nicht, dieses, ich leg mich einfach irgendwie an den Strand. Wenn ich in den Urlaub fahre, dann brauche ich eigentlich nachher immer Urlaub vom Urlaub, weil ich halt irgendwas machen will. So, ich fahre irgendwo hin und dann will ich die Zeit auch nutzen. Dann möchte ich mir Dinge ansehen, dann möchte ich Dinge ausprobieren, dann möchte ich Dinge machen. Ähm, was ich glaube ich bräuchte, wäre halt so, zumindest irgendwie so einen Wellness, also ich, aber auch da hätte ich glaube ich keine Lust drauf. Weißt du, so eine Woche einfach nur, nur die ganze Zeit Wellness, das wäre irgendwie auch scheiße. Aber ich hätte glaube ich Lust wieder, ich hätte, ich hätte mal glaube ich Lust zumindest, weißt du, so einen Urlaub, wo du den ganzen Tag was machen kannst, aber abends hast du dann, oder so nachmittags kommst du rein und dann machst du so ein zwei Stunden Wellness-Paket und dann einfach fett essen und pennen gehen oder so. Ich glaube das wäre, ich glaube das wäre ganz geil, ja. Oh. Ich finde es seltsam, wenn man sein Consumer-Ex, äh, protokollieren kann. Ich, ich finde das, ich finde das sehr angenehm. Ich mache das für mich, ansonsten mache ich für mich einfach eigene, äh, Google-Cheats. Ich mag das gerne, ich, ich protokolliere gerne das, was ich gucke oder das, was ich spiele. Deswegen mag ich auch die Zeitangaben bei Steam und ich hasse es, dass keine Konsole jemals wieder so genau war wie der 3DS-Activity-Log beziehungsweise der Activity-Log von der Wii U. Abo, vielen Dank für dein Abo. Vielen, vielen Dank. So, ich fand den, ich, dem Fall muss ich sagen, den fand ich überraschend kompetent. Den habe ich, den habe ich auch, glaube ich, nebenbei oder so einfach angeschmissen, weil der, ich meine, bei Paramount Plus oder so war oder ist, keine Ahnung und war, äh, sehr, sehr positiv überrascht. Also ich hatte, ich hatte irgendeinen Horror-Schlock erwartet und war gerade, was das, gerade das Sound-Design von dem Film, da war ich wirklich so, huh, okay, alles klar. Äh, Teamworkaholic, ja, knöbelig weiß, wir sind da, wir sind da, glaube ich, sehr ähnlich. Urlaub schon wieder vorbei? Nein, ich bin ja immer noch im Urlaub, aber ich mache das, was ich will. Deswegen, deswegen machen wir jetzt heute einfach ein bisschen Reaction-Slop und dann gehe ich, äh, gleich noch, äh, bei was, äh, in ein anderes Projekt, aber das ist auch für mich Urlaub, das Projekt. Weil ich keine Zeit hatte, äh, für, dafür die, die letzten, die letzten Monate und, äh, jetzt wollte ich das für den, für den Januar nochmal, nochmal wieder machen, deswegen, äh, Saltburn gesehen? Nein, noch nicht. Ich mag Strandurlaub, wenn ich währenddessen Backlog abarbeiten kann. Ne, Strand ist für mich auch gar nichts. Ich bin, ich bin Wintertyp. Ich bin, ich bin Wintertyp. Für mich, ich würde, dafür habe ich das Geld einfach nicht. Weißt du, ich würde gerne nochmal irgendwie so einen, so einen Winterurlaub oder so machen, wie mit meinen Eltern, äh, mit meinen Eltern früher. Oder einfach den ganzen Tag, den, ich weiß, das ist so der, ähm, also, tags, tagsüber den ganzen Tag einfach auf der, auf der Skipiste oder so fahren. Ähm, und dann spät Nachmittag zurück und einfach irgendwie in die Sauna, in den Pool und so ein Kram machen und dann fett essen abends. Das, 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 das mal, also, das ist dann so der, der Art von Entspannungsurlaub, den ich mag, wo du einfach so den, äh, morgens bis nachmittags körperliche Aktivitäten hast, so einen, einen Sport, den du aber auch über die lange Zeit machen kannst. Deswegen finde ich Skifahren halt eigentlich ganz, äh, ganz geil, weil das halt wirklich etwas ist, dass du den ganzen Tag über machen kannst, mit halt zwischendurch essen und dann abends zurückkommen und einfach nur so chillen. Weil nur chillen kann ich irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, dann, dann wird mir irgendwie so ein bisschen so, eh, hibbelig, weiß ich nicht. Löcher graben. I don't know. Sand ist einfach nicht so geil. Sand ist, weißt du, Sand ist halt wirklich, das, das kommt überall hin und dann findest du es später noch und du kannst halt nix, das ist so, das ist dann da. Aber Schnee ist, so, das kann dir nicht irgendwo hängenbleiben. Schnee wird wenn zu Wasser. So, ich kann nicht irgendwie vom Skifahren ins Hotelzimmer kommen und so, oh, jetzt hängt mir doch der ganze Schnee in der Unterwäsche. Oh Gott, jetzt hab ich hier noch, ugh, in meinen Haaren irgendwie Schnee gefunden oder sonst was. Das hab ich damit einfach nicht. Ich weiß, das letzte Mal, als ich an einem Strandurlaub war, wir sind am ersten Tag an den Strand gegangen und haben danach schon keinen Bock mehr gehabt und sind die meiste Zeit am Hotelpool geblieben und ich hab die ganze Woche trotzdem immer noch Sand irgendwo gefunden. In Klamotten, äh, an meinem Körper, keine Ahnung, auch wenn du jeden Tag in den Pool gegangen bist und dich geduscht hast, du hast trotzdem überall noch irgendwo Sand gefunden. Ich hasse das. Das ist überhaupt nicht meins. Ja. Da bin ich, da geh ich vollkommen mit Anakin. Ja, wer braucht Entspannungslauf, wenn man Gollum spielen kann? Das hab ich auch immer noch, ja. Also immer ins Gym gehen. Das find ich zum Beispiel auch heute. Wie gesagt, heute Morgen erst mal, äh, erst mal eine Stunde bouldern gegangen. Das ist halt ein guter Ausgleich, einfach direkt für den Tag. Deswegen, ich mochte das auch die letzte Woche, dass ich das, das erste, so was ich, das erste, was ich die meisten Zeit gemacht habe, ist halt irgendeine Audioaufnahme getätigt. Und dann bin ich meistens aufs Laufband gegangen und ich find das, keine Ahnung, fühlt sich, das fühlt sich irgendwie ganz gut an, wenn du direkt irgendwie so die körperliche Aktivität gemacht hast und dann bist du irgendwie für den Tag so ein bisschen, so ein bisschen fitter. Ah, Frozen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die 1000 Bits und die Kills auch vielen Dank für das, für das Prime-Abo. Vielen Dank. Urlaub in den Sand gesetzt, ja. Okay, gut. Ähm, ich wollte einfach, ich hatte, ich hatte gesehen, ging, Und dann sind es ,